Die schlanke Pflegedokumentation zeigt und begleitet die Umsetzung des Strukturmodells in die Praxis. Die Elemente des Strukturmodells, die strukturierte Informationssammlung, der Maßnahmenplan, das Berichteblatt und der zweistufig geregelte Bereich der Evaluation werden ausführlich beleuchtet und durch Praxisbeispiele und Formulierungshilfen ergänzt. Mit diesem Buch kann man sich komplett theoretisch in das Thema einarbeiten und gleichzeitig dient es als Nachschlagewerk für auftretende Fragen während der Dokumentation oder während der täglichen Arbeit als Pflegekraft. Das Kitteltaschenbuch eignet sich hervorragend, um in der täglichen Praxis anforderungsgerecht zu dokumentieren. Es gibt Antworten auf alle Fragen zum Aufbau des Strukturmodells, zur strukturierten Informationssammlung, zur Erstellung eines Maßnahmenplans und zur Führung des Berichteblattes bzw. auch zur zweistufig geregelten Evaluation im Sinne des Strukturmodells. Es kann aufgrund des Formats eben auch prima in eine Kitteltasche verschwinden und dient als Nachschlagewerk während der täglichen Arbeit und der Dokumentation. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.